Willkommen zurück zu Let's Play Witcher und ich hoffe, dass ich meine Steuerung zu Glück habe und ich habe sie zurück, sehr gut. Ähm, ja, wir sind da in der Hütte und wir müssen da raus, wo auch immer wir sind, keine Ahnung. Wir gehen natürlich uns Gewand holen, da geht's aber zum Stall, da will man nicht hin, ich habe keine Ahnung. Ich bin immer auf der Corvo. Nein, ich bin wegen der Stadt, wie's ausschaut. Hey darlin, like what you see? Mh, na. Was haben wir da für viele Skillpointe? Zwei Skillpoints und brauchen dann wir da... Fünfe. Ja, es hat sich nicht viel dauernd, es war nur Arztkollektor, Bier zu kaufen. Was? Die Ha! Ist die Musik nicht geil, Gott? Mann, ich laufe den ganzen Weg, da war fasttravel zu einmal schneller, gleich von dem Schüter und... Mann, es ist gerade schon so geil und so warm, wie er heute der Starled gewesen. Ich will endlich mit dem Motorrad in Betrieb nehmen, es wird so geil, ne? Die fremische Rüche. Hallo? 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 Ich bin so viel besser, ne? Ja, ich bin mehr als bereit. Ich bin mehr als bereit, das zu wollen. Was ist das? Was ist das? Danke. Haha. Anna Henriette. Das ist Morgengrauen. Und wir sind good to go. Hätte ich mal gesagt für das neue Quest. Toll ihm. Noch nicht geht. Dr. Wimack's rule. Such troubles are sweet. Enjoy your tickets. Late. Why does that not surprise me? Er hat den ganzen Tag gebotert werden. Wie ist der Teber? Da scheint sich wieder scharf aus, oder? Ein Artist, natürlich, aber nur eine andere Sache. Hier, put es auf. Die Maske? All die in der Mandragora wearen sie. Wenn du einen auf hast, niemand fragt wer du bist. Any idea was? Die Wahrheit ist viel einfacher. Hier, niemand kann wissen, welche Aristokrates sind. Dann gehen wir mal. Ja, ich will. Ja, ich will. Nein. Sehr gut. Willkommen zum nächsten Mal. Interessant. Imokimus auf. What are these performances? The Great Calesti. Sehr cool. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. Hmm. I don't know where she is now, but I can give you a clue. Let's hear it. Seek the Kaviri Orchid. Meaning? Cecilia wears one in her hair. You shall recognise her easily by the Orchid. Well, well. Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. Hahaha. The residence belongs to none of them. They are guests here. Oriana, she owns this. Woman in the black dress. There, on the balcony. Got her. Doesn't wear a mask. It looks a little nice. It would be pointless. All would know her anyway. Kaviri Orchid. Let's look for it. If we find Cecilia, we'll find the Cyntrian. Superchain. Superchain. Natürlich machen wir das. Ich glaube, ich muss mir da ein Master-Safe anlegen. Das machen wir jetzt. Weil mein Dokumenten da... Das ist schon mega gleich. Ach, das wäre schon mega lustiger gewesen. Kann ich da auch die Hilfe haben, bitte? Ich bin mir der, zuerst das eigene Dorf. Also vom Angegring, suchen wir hier. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Hau dein Wunder. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Koer, der Wunder. Du bist hier. Ihr habt alle Wunder. Das ist ja gut. Ja, ihr werdet euch ärgern, wenn wir das jetzt nicht ein bisschen dauern. Es ist eine Manifestation des Mannschaften. Ich würde sagen, dass ich das im Ethnischen machen würde. So eine Bälle mehr. Das ist eine Furchtage. Absinthe. Absinthe? Ja, cool. I built up a pretty powerful resistance. Exceptionally true. Would I ever love to let him? It's a shame you should death and die. Needs I remind you that's not what is nice. It's a metaphor of the constant struggle for power and influence. Was? Wann tritt ich mich an 4-jagend? Ach, das spülen wir oft schon wieder selbstständig, wie es aussieht. Du, der wird geschützt, der wird. Du, der wird geschützt, der wird geschützt. Oh, ich hasse es! Wer hat er jetzt? Eigentlich mit... Oh! Ich hab das am unsichtbaren Seil gezogen. Ich hab das am unsichtbaren Seil gezogen. Ich hab das nicht, diese durchfinde mich an. Mach auf dem Weg, mich an und mich an. Ich hab das. Ah,'s Koppel. Ja, wir sehen. The Great Khalifa ist ein eines Adams mitzirrmahd. Das ist klar! Blah, 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 Blah! Das ist klar, bei dir was du von, dass du siehst. So hört man das auch, ist das schneller gegangen als geplant. Aber es ist egal, suchen wir nach der Blumen, die Künstler, das war ein Künstlerfest, da stellt ein Papier rein und ist wichtig zu jetzt, uns der Kitten und zu alle. Ah, vielleicht muss ich das wieder kennen. Ah, das war mit dem Blurb, war das nicht vom Hauptquest, vom alten Spiel? Ist der Egg oder so? Nein, habe ich es jetzt gefunden schon. Oh, na, das ist... Nackt gemalt. Ah, draw me like one of your friends. It's the right flower. Of course it is. A Kaviri Orchid lends just the right contrast to her complexion. Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake, do not move. Lovely portrait. Wow. Impressive portrait. I know the style, the stroke. This is Dorian Velez. Yes. The gracious lady has heard of me. I've heard Anna Henrietta herself wished you to paint her portrait once. Ah, at one point the palace chamberlain Ethan wrote to me, but alas, ultimately refused my terms. What was the matter? When he learned I only ever paint nudes, he suffered all contact. He said he would not dare offend her illustrious highness with such a proposition. I've always longed to paint her such a shame. I think... You may still get your chance. Ha 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 ha. We came here to meet you, specifically. To meet me? But why? Centrian noble you came here with. Wanted to ask you about him. Centrian noble? Ah! You must think I'm Cecilia. Orchid confused me. I told you not to move! As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. I caught it. But I did see the nobleman. Really liked to talk to him. What did he look like? Like many here. Tall. Dark. Masked. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift. A heart shaped box. Then they strolled off together towards the refreshment tables. Excuse me. Madame. Monsieur. I cannot work like this. We must leave. Now. Similarly. Okay. Let's go. Come on. You are ready. Okay. Go. 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 mit meiner steuerung das darf man gewonnen es ist okay auf zum tisch der künstlerei Okay, wir haben den Geruch aufgenommen wie ein Wolf. Ja, jetzt habe ich schon geglaubt, dass es sie ist. Wir wären doch vorher im Kreis geschickt, gell? So, jetzt wird's interessant. Ich weiß nicht, was ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich tun. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 15 Jahre alt. Herr Schreis, ich nicht für einen Fehler. Schöne! Nicht so laut! Wir sind hier in Cognito, in der Unternehmen. Ja, Herr Schreis. Wie kann ich es tun? Ich hoffe, wir können Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Natürlich. Wir suchen Cecilie Bellant. Sie haben sie gesehen? Sie ist in der Dressing Room. Wo sie mit einem Nobleman ging. Sie waren sicherlich... ...drehen zu einem anderen. Wie sieht der Mann aus? Wie sieht es aus? Das ist doch, der Herr Schreis. Wie sieht es aus? Das muss, Herr Schreis. Das muss, Herr Schreis. Wir müssen in der Dressing Room. Ja, Herr Schreis. Ich komme Sie. Nein, ich bin hier. Wenn jemand versucht, Sie zu fliegen, Sie verhören. Sie zu verhören. Entstanden. Das ist so spannend! Das ist so spannend! Nein, ich mach gar keinen Fieber! Los geht's! Ich bin schon so gespannt! Schön, dass das alles so nackert! Das... das muss be Cecilia! Nein, Pulse. Wir sind zu lange. Er... er hat die Hände. Die Brute! Hm... Es war nicht aus der Tür. Die Garten würde erinnern. Es könnte noch irgendwo hier sein. Du musst ihn finden bevor er jemanden schützt. Ich werde Oriana alerten. Sie sollte seine Soaree zu einem Klappen. Wir sollten uns nicht aufsplitten. Es ist Zeit, dass wir den Körper untersuchen. Der Mann von Cintra... Da haben wir ihn! Ich habe ihn nicht geschafft. Er hat ihn aus der Tür. Ich habe ihn doch nicht weitreust. Ich habe ihn auch vereint. Ich habe ihn dochraten! Das war's. sehr gut das könnte gefährlich sein du hast du einlost da drüben versteckt sie smashed mirror someone crashed into it hard and sank to the floor bloodstains links at a snap chain jewel must have been on it call me shut up precious stone bloody fingerprint on it thief came for this must have tiny chain links next to it from a snap necklace seems there was a struggle jewelry box locks busted okay er ist da aufgekommen und hat übers gestoßen empty inkwell knocked over turned toward the room wo da ist gibt's viel zum looks valuable but it's not what he came for looks valuable but it's not what he came for hunting knife richly ornamented used during the fight probably okay haaaaah what he said juul was in the box it seems centrian tried to steal it but someone got in his way They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Fall had to have killed them. Jules still here though, so our centurion must have been the flyer. So, this is the tracker. A witcher, yes? Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. And ended up here, but I've only found evidence of a fight. Seems the centurion's killed his last, finally failed this time. Shame it happened too late for Cecilia. Poor girl. Always told her she chose her males badly. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. I'll alert the staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. I will tell you everything, in full detail. Ah, how enttäuschend. Hmm. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed. And then, he drew a knife. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He... Fell out of the window. Mm-hmm. Just so. None too wise, picking a fight with an armed robber. Why? Because I'm a woman, in a frock rather than plate. I can take care of myself, I assure you. A hairpin might look like mere ornament, but plunged into an eye, it can be as effective as a blade. Mh-hmm. dass sind Sie die? Huh? I bought it, many years ago, from a young woman. Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. It belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. It's a confession, but... Yeah. Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked Orianna with. Hunting knife. Used to skin game. Got an emblem on its hilt. This crest is used by the lords of Duntine. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. Duntine. Remember the place. Abandoned ruin just a few years ago. More recently, the family's last heir, Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights. Though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. Mm-hmm. Okay. Orianna, everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out, he, uh, failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Orianna. But, might I have a word? You must excuse me a moment. Mm-hmm. Yeah, 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 that's a good thing. Oh, yeah, yeah, that's a good thing. Orianna, few make me feel awkward, but in her presence. Okay. The drawing, it's on the same type of paper the victor had. The victims' names were written on, drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. Who were not only behind the beasts' murderers, but also stole the Saint-Réal and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Not something I'm willing to believe. Worried about one thing, that somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. Yeah, this is going to be so hard, that you see it. It, it could be something else altogether. Tell me. My sister, Sianna, might be among the schemers. She left court when we were children. My parents banished her from the duchy. I've not seen her since. What did your sister do to get banished? She was born at an inopportune moment. They said she was touched by the curse of the Black Sun. Geralt, is it true? Can an individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? That's a bullshit. Could be the case. Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Sianna. She... She was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain. Though she masked this with confidence, arrogance even. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the cool bird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Sianna knew of it. She told Cedric of a dream she had had. That he would die at the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed two lives with a prank. Cedric mourns to this day. Okay. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly since. What loss? Think your sister might be involved? Why? Yeah. I recall her always being rather possessive, throwing jealous fits if I had something she didn't. Here, that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine, its theft was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys. But I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Sianna received it from father as a gift. At a time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl. Someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen. Or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess, satisfying whims, going after lost luxuries. Hmm. Could be right. Your mission has gained new import. You must go to Dun Tyne. And if Sianna is there, you must find her. And kill her. No matter what she did, she is not to be harmed in any way, shape, or form. You must make sure of that. I'll find her if she's there. I hope you do. I very much wish to talk to her. Sister to sister. Your Grace, Geralt, I'd like to introduce. Regis! What a surprise! I had no idea you were in Beauclair. Ha! And this is... Ah, okay. My very dear friend, Detlaff van der Eretain. An arrival from Nazaire. We are lending our combined resources to the witch's hunt. Ah, yes. Splendid. But why are you here at Orianna's? They came to pay me a surprise visit. So I invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for... Ooh, ages. Aha, is he a vampire? Or amas? Ahahahahaha! I hear you know Regis too. Even that you are friends. I know him. I never would have suspected Regis to find common ground with a witcher. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. Hm-hm. Du sagst, du bist beide mit ihm unterstützt. Es betrifft den Beast von Beauclair, glaube ich. Master Witch, vielleicht könntest du mich verletzt. Was ist es, wenn du mit einem Monster gehst mit einem Monster gehst? Dass du nur zwei Möglichkeiten hast, um zu töten oder zu töten? Ich habe keine Ahnung, was ich gehört habe. Ich habe keine Ahnung, dass ich jeden Monster gesehen habe, in Hand zu verletzten. Ich habe das Arbeit gemacht, für einige. Hm. Ich wundere, was ein Monster hätte sagen können? Es könnte sich zu retten. Meine Worte. Was könnte ein Monster wünschen, für ein Witcher? Für die Körbe. Es gibt keine Wahl, wenn es die Zähne gibt. Wenn es die Zähne gibt, dann brauchen wir Schutz. Und es braucht Schutz. Das ist ja... Das war wunderbar. Ich war positiv entranst bei der Lande's fashions. Deep-cut dresses, ich fand die meisten faszinierend. Ich glaube, wir sind kurz auf Wein. Ich sollte nach dem Cellar gehen, bringe eine andere Bottle. Ich kann mich gehen. Wenn ich helfen, Regis, weiß dein Wein besser als ich weiß. Wir sollen zurück, forthwith. Hahaha. Okay. Ja. Und er wird nicht mehr geholfen. Das ist, nicht bis er er sich auf die Leute, die ihn geholfen haben. Der ist nicht so, dass er seine Fähigkeiten hat. Das ist nicht so, dass du ihn nicht mehr verletzt hast. Ich denke, es ist kein Wunsch. Ich denke, es ist kein Wunsch. Es wäre ein Wunsch. Oriana. Sie wirklich... Ah, ich habe ihn, Jahre lang. Before ich mich, auch vor. Und bevor sie in Beauclair settled. Wir haben uns nicht gesehen, in... Oh, ich kann nicht sagen, wie lange. Aber ich werde dir alles darüber erzählen, zum anderen Tag. Ich werde euch darüber erzählen, Also, sie sagt, die Aufmerksamkeit ist nicht. Aber sie hat mich verletzt. Sie sind auf der Stadt, Sie sind auf der Stadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Storm? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So. Das ist übrigens der Greatmaster. So, sollen wir wegen mir weiterkommen? Oh mein, ähm... Show me what you have in store. What do you have on offer? Ja, aber reparieren können wir uns losen. Passt. Farewell. Farewell. Good luck. On the path. Yo! Ah, wie lange kommen wir jetzt? Einmal kurz einschauen, ja. Also... Ghostals wird's, müssen wir der Erfolge gewesen sein. Wichtige Sachen, wie ich jetzt Neck mache. Ähm... Im Sidequest hat sie keine einzige auftaucht, ne? Aber das ist ziemlich in der Nähe von Corvo und Bianco. Das heißt, wir können unser Poise noch einen Besuch abstatten. Was ist ja passiert? Managed Jame? Ja. Ähm... Mein Power. Was ist ja passiert. Das ist ja passiert. Ich bin gut dran. Wir haben diese Arbeit gegeben. Ich bin klar. Die Arbeit ist ja passiert. Erh... Ich bin klar. 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 Aber ich bin klar. Wir haben alle Mutagene, das heißt ich brauche nur mal 5 Level Upgraden und dann können wir den Slot. Das wird ja doch noch was, dass ich den Slot kriege. Geil. Hoffe ich halt zumindest, dass wir keine XP mehr auslassen dürfen, keinen Wald. So, da wird wahrscheinlich mit dem Gamma gleich scheiße Satz wie die Inventory. Ne, 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 ne. Nehmen wir die Lampe, oder? Das ist so kompliziert immer, warum die Fackel da oben ist. Frag ich mich immer. Ah, Moment, watch. Jetzt sechst du mal die schönen Trophies. Das ist meine Irgendwas-Trophy, Turnier-Weta-Turnier. Das ist, äh, Kamminar mein Innen-Trophy und das ist mein Gwent-Card-Trophy. Das ist mein Wall of Shame. Rookie to Jennifer's room. Ja, gut. Sehr gut. Ähm, kann ich da irgendwas Sinnvolles mitnehmen? The Rose of Remembrance. Ähm, ich hab mir kurz gedacht, Pfeile aber eigentlich... Bringt doch nix, oder? Tracking Bolt vielleicht noch. Wobei Tracking Bolts... Scheiße, kein Bleeding. Haben wir kein Gewicht eigentlich, gell? Wie scheiße. Ach, wie so ein Neid. Da drinnen verstarben sie eh nur. Sehr gut. Sieht man das? Nein. Sehr gut. Ähm, ja, wie geht's unserer Dame heute? Der ist in der Kuh, oder wie? Hier. Ah, okay. Das war Zeit, was ich gemacht hab für die zwei. War echt aufwendig. Das war echt aufwendig. Was ist das? Ach so, da... Aha, vielleicht kann ich da... Was ist das? Entrance and left, hat sie gesagt. Entrance and left. Was ist das damit gemacht? FIORANOWEIN! Ich bin voll fertig mit Mutagene, das ist ja geil. Est, est. Okay, da war nix gut. Wurscht, das ist mein Mindkeller. Ja! Sehr cool. Ähm... Wir haben alles gut gemacht und richtig gemacht. Das ist übrigens das Stable. Da ist das Dienstmädchenhäuschen. Ich geh jetzt mal meine... Weiß ich eigentlich mal das benutzen, was ich schon ewig da gekauft hab. Grey, yes. Scraggly, yes. But at the tourney, he knew no equal. Dann zeig ich euch noch einen Buff. Ich weiß jetzt nicht, ob der Buffs da jetzt grad überschreibt. Das kann man euch noch zeigen. Ähm... Man kann sich schlafen legen. Ich dachte, das sind jetzt die Auntageneffekte wieder weg. Na, ja. Sehr cool, gell? Sag ich einfach nur... Ich hab da hinten eine Pizza liegen. Und ich hab da schon wieder Hunger. Und ich werde jetzt die Pizza fertig essen gehen. But a few drops of wine. Und dann kommt der schnell vorbei mit dem Filmschauen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Denn heute ist Sonntag und sie ist noch zwei Wochen da leider. Und dann flieg ich wieder heim nach Moritzis. Aber heute kommt's vorbei. Filmschauen. Hahaha. Speichern! Danke fürs Reinschauen. Das war's wieder mal mit Witcher Wild Hunt. Bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt Witcher Wild Hunt. Blood and Wine. Mit dieser schönen Aussicht. Verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Steinchen.